Hi. 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 Hallo. Hi Eppe. Hi. Hi Schimmel. Hi. Hi Gevin. Hi Hampus. Hallo. Strandgeflüster. Ebbe oder Flut? Ebbe. Ebbe. Flut. Urlaub in Deutschland oder in Dänemark? Dänemark. In Deutschland. 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 Fischstäbchen oder Seelachsfilet? Seelachsfilet. Weder noch. Was ist dein Lieblingsmeerestier? Seestern. Shark. Eine Jungfrau. Delfin. Yacht oder Kutter? Lieber auf einer Yacht. Yacht. Kutter. Yacht. Angeln oder Essen gehen? Essen gehen. Ich mag Angeln, aber ich mag das nicht viel zu essen gehen. Äh, Essen. Essen gehen. Und wann hast du dein letztes Sandburg gebaut? Das müsste schon gute 28 Jahre zurückliegen. Jetzt im Urlaub? Vor 10 Jahren. Vor 10 Jahren? Nordsee oder Ostsee? Weder noch. Nordsee. Äh, Nordsee. Ostsee. Warum? Wegen den Gezeiten. Ich weiß es nicht. Ich war lieber in Ahlans Meer. Also am Südstrandmeer. Im Urlaub war früher noch was hier gewesen. Verwandt in Schwerin und Rostock. Und wie oft kannst du einen flachen Stein übers Wasser flitschen lassen? Boah, ich glaube mein persönlicher Rekord dreimal, viermal. Uh, äh, ich glaube mein Rekord ist 14. Können wir ausprobieren? Weiß ich nicht. Lange nicht mehr gemacht. Fünf, sechs Mal. Denk ich schon. Segeltören oder Strandurlaub? Strandurlaub. Segel. Äh, Strandurlaub. Strandurlaub. Aquavit oder Schnaps? Schnaps. Schnaps. Uh, Schnaps. 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 Karlsberg oder Wex? Wex. Karlsberg. 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 Äh, beides gerne. Und was reimt sich auf Camper? Reiter. Geile Schuhe. Körmann. Oh Gott, das darfst du nicht hören. Schlemper? Wem siehst du denn ähnlicher? Mama oder Papa? Papa. Mama. Papa. Papa. Und kannst du singen? Nee, nicht wirklich. Nein. Ich kann ein Lied singen jetzt. Welches? Äh, La Le Lu. Dank meines Sohnes. Und welches Instrument spielst du? Altschlöte. Bis zur Altschlöte habe ich in der Grundschule noch geschafft. Aber das war's. Handball. Gar keins. Okay, und jetzt zählt nochmal bitte alle Weltmeister von 2007 auf. Wir fangen mit Linksaußen an. Thorsten Jansen. Dominik Klein. Halb links. Lars Kaufmann. Pascal Hens. Smitgl. Markus Bauer. Halb rechts. Holger Glahndorf. Christian Zeit. Rechts außen. Florian Kermann. Am Kreis. Christian Schwarzer. Klimowitz. Und Preis. Und im Tor war Jogi Bitter mit Henning Fritz. Bundestrainer war Heiner Brand. Und wir sehen uns jetzt schon wieder auf die Hände. Und wir sehen uns schon wieder. Im Moment. Und wir sehen uns schon wieder.